hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal wenn du wissen möchtest wie du super süße eier wärmer für die osterzeit häkeln kannst dann bleib jetzt dran alles was du brauchst siehst du natürlich schon hier wir haben wolle und eine häkelnadel in der stärke 5 millimeter wir werden aber auch gleich mit einer häkelnadel in der stärke 3,5 häkeln und dann kann es auch schon losgehen wir beginnen mit einem magic ring oder einem faden ring und 6 festen maschen und wir häkeln 6 feste maschen ein ziehen wir unseren faden ring fest und fangen jetzt damit an unserem ring zu schließen und zwar machen wir das mit einer kettmasche in die anfangs masche der runde gehen in die erste masche hinein holen uns den faden und ziehen ihn durch die masche oder die schlinge die wir auf der nadel haben wir verdoppeln jetzt die nächste runde fangen mit einer festen masche an oder einer luftmasche gehen in dieselbe masche und häkeln dort noch eine feste masche ein und so machen wir das jetzt reihum bis wir 12 feste maschen eingehäkelt haben wir haben jetzt 12 feste maschen eingehäkelt und schließen diese runde auch mit einer kettmasche in die anfangs masche der runde häkeln eine feste masche auf und behäkeln nun jede zweite masche mit zwei festen maschen und jede weitere masche mit einer festen masche häkeln eine feste masche mit einer feste masche mit einer feste masche mit einer festen maschen vorgleichen weiter am ende der runde haben wir 18 feste maschen gehäkelt und schließen auch hier mit einer kettmasche in die anfangsmasche der runde und wir häkeln nun jede dritte masche mit zwei festen maschen und jede weitere mit einer festen masche. wir häkeln eine luftmasche auf und es werde ich mit einer zeitgüter. wir haben einen replied an. wir haben eine weiterentwende, kleine kleine kiktiken und die schreie mit einer langsartige, die wir uns lieben, und wir haben unseren K drives und den einzelnen Kções. wir haben Vielen Dank. Vielen Dank. Wir schließen unsere Runden jeweils mit einer Kettmasche und beginnen sie jeweils mit einer festen Masche oder einer Luftmasche. Vielen Dank. 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 Und die erste Masche. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Und in die 10. Und die 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Und die festen Maschen. haben wir mitgeführt. Und ja, so habe ich mit der 10. Und die 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 10. 1, 3, 2, 1, 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. und noch die elfte mit einem halben stäbchen und wir kommen jetzt zu unserem kreis in denen wir ja jeweils sechs halbe städtchen hinein gehäkelt haben und wir verdoppeln jetzt diese sechs halben städtchen und haben dann am ende dieser runde in dieser masche zwölf halbe städtchen das bedeutet wir häkeln in jede masche zwei halbe städtchen ein die restlichen maschen häkeln wir nun wieder in festen maschen zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und 10 und die zehnte schließen wir direkt mit einer kettmasche in die anfangs masche der runde und das machen wir jetzt noch ein zweites mal in einer kontrast farbe für die innenseite der ohr oder der öhrchen und dann sehen wir uns auch wieder diese kleinen löffel öhrchen werden dann später an unsere eier wärmer angenäht und so haben wir so kleine süße oster häschen eier wärmer und wir machen jetzt weiter mit der kontrast farbe für das innenohr unserer osterhasen öhrchen und das wird genauso gehäkelt und es wird dann hinterher zusammen genäht oder zusammen gehäkelt ich häkle es hier zusammen weil ich es einfach schöner finde und dann wird das ganze an den eier wärmer angebracht auch hier fangen wir wieder mit einem fadenknoten an und ich habe jetzt hier elf luftmaschen genommen einfach aus dem grunde weil ich eine ziemlich dünne wolle hier habe und die habe ich dann auch mit einer 3,5 nadel behäkelt damit die öhrchen etwas feiner aussehen als der rest des eier wärmers 3,5 nadel behäkelt damit die öhrchen und schärfe Vielen Dank. 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 Vielen Dank.